Tag, ich bin Mario. Ich komme aus der Uckermark und lebe zur Zeit auf Usedom. Ich bin Social Media Manager oder Experte, wie auch immer man das nennen möchte. Ich helfe also Firmen, ihre Social Media Kanäle aufzubauen und zu betreiben, sprich Twitter, Facebook, Instagram zum Beispiel und diese natürlich auch fürs Marketing einzusetzen. Außerdem bin ich Filmemacher und drehe zum Beispiel Imagefilme für Unternehmen. Ich bin nächste Woche ab 29.08. in der Uckermark für ein paar Tage, allerdings nicht nur um die Beine hochzulegen und die Schönheit der Uckermark zu genießen, sondern auch zum Netzwerken. Ich würde mich gerne mit ein paar Leuten unterhalten, mich mit ein paar Leuten treffen, einen Kaffee trinken und über Social Media und die Uckermark zu reden. Wenn ihr also Fragen habt zum Thema Social Media und Firmen, Marketing, Unternehmen, dann nehmt mit mir Kontakt auf, schreibt mir eine Nachricht und dann schauen wir mal, dass wir uns treffen können, zusammen Kaffee trinken können und ich beantworte eure Fragen. Welche Netzwerke für euch sinnvoll sind, für eure Unternehmen sinnvoll sind und wie ihr die am besten fürs Marketing einsetzt. Wenn ihr Social Media bisher vernachlässigt habt, weil ihr Angst hattet, einen Fehler zu machen, war das leider euer größter Fehler bisher, aber den können wir immer noch ausbügeln. Schreibt mir also eine Nachricht und dann setzen wir uns zusammen und ich beantworte eure Fragen. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss.